Ui. Okay. Ähm. Hey, du... Du machst mich tot. Ich? Dich? Ja. Wenn man hier rauf geht, geht das Ding weg. Oh, das wusste ich nicht. Ui. Wo ist die 4? Wo ist die 4? Ui. Ich versteh das noch nicht ganz. Okay. Okay, warum ist die Fee jetzt runter gekommen? Wahrscheinlich, weil wir da zusammen rüber müssen. Ja. Okay, easy. Cool. Ich will erst die Schrauben reindrehen. Wir machen alles heile. Ja. Mein innerer Monk will das so. Und was passiert hier jetzt? Ich glaube, wir müssen, genau, und dann irgendwie versuchen, da durchzukommen. Hä? Okay, so schon mal nicht. Hier ist eine Wand. Hier ist eine Wand. Hilfe. Warte. Ah. Oh. Warte. Hier ist eine Wand. Hier ist gar nichts. Sind wir schon wieder blind hier? Mhm. Ach, bin ich dumm. Okay, bitte. Muss ich hier Sidejump machen? Ja, natürlich. Ich glaube aber, das hätten wir halt zeitgleich machen müssen, glaube ich. Ja, das kann sein. Okay, dann machen wir das nochmal. Nee, bleib mal ruhig. Ich kann ja meins trotzdem auszutaten. Nein! Oh. Hä, wieso ist denn jetzt die Wand ganz weg? Es geht nicht mehr weiter. Nee, so ist ja auch richtig. Ja? Ja. Bin ich jetzt völlig Banane? Ich war der Meinung, das war näher dran. Nee, das ist bis zur Treppe gefahren. Nee, das war näher dran. Siehst du das? Hm. Na guck, das kommt ja jetzt gar nicht mehr bis zur Treppe. Hä? Hä? Nein! 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 Wo? Okay, und dann an den Haken. Genau. Okay. Okay. Was passiert jetzt? Ich dachte jetzt, ich bin da reingekracht. Ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Ich auch nicht. Ich reparier erstmal. Ohja. Oh, hier ist gar... Oh, hier ist gar... Oh, kann ich das reparieren? Hä? Nicht. Okay. Das sind Rechenaufgaben. Mhm. Aber... Aber... Warte. Ah! Ah, und dann der Haken. Okay. Welcher Haken? Ähm... Ne, nicht der, sondern wo du lang gegangen bist. Hinter dem Smiley war ein Haken. Okay. Wo denn? Warte. Ach, da hinten. Du hast einen... Da siehst du den? An dem lilanen? Ja, gleich sehen. Okay. Oh, das ist... Oh. Das ist echt schwer. Hm. Sollen wir das andere probieren? Ja. Ach so. Ah! Er ist! Oh nein! Oh nein! Oh, das ist... Es dreht sich wieder... Oh. Äh, da komm ich gar nicht hin. Mach du mal. Du bist leichter. Vielleicht springst du anders. Okay. Okay. Nee, wir müssen ja dann aufs andere Putzkissen. Nur halt in einer bestimmten Zeit. Ach so, auf des hier. Genau. Aber in was für einer Zeit denn? Naja, der Haken dreht sich ja wieder nach hinten, wenn du... So. Jetzt ist das umgedreht. Nochmal bitte. Ah! Okay, jetzt werde ich's gebreit. So, und jetzt... Ah, jetzt habe ich die Pups gefunden von hier. Welches brauchst du zuerst? Das Pinke, ne? Ja. Nee, das Grüne. Nee, du brauchst erst das Pinke. Nein, erst das Grüne. Echt? Oh, ich... Ja. Ach Gott, ja. Du hast recht. Entschuldigung. Und dann muss ich's auf das Kissen oder was? Auf das Pinke, genau. Okay. Okay. Ah, fast. Wieso springt der denn nicht da hin? Ich glaube, ich muss flitzen, ne? Das ist ein bisschen zu langsam. Ja. Versuch mal hier auch ein bisschen früher zu aktivieren. Okay. Ah. Jetzt... Ah, und jetzt kann ich von hier einfach da gleich rüber. Mhm. Okay. Uh. Oh. Gut. Ist hier noch was zu reparieren? Ah, ich hab nichts gesehen. Wow. Ich will endlich in dein Bällebad. Aber es ist das Bällebad des Todes. Oh. Oh, was ist hier? Oh. Fippi. Oh, ich hab... Hast du das gesehen? What the hell? Ist mir egal. Das mach ich nochmal. Ich auch. Yeah. Ich will nochmal. Ich will auch mal rutschen. Ich hab bis jetzt immer nur einen Jump gemacht. Bist du gerutscht? Ach so. Ja. Ich hab einen Jump gemacht. Ich will jetzt mal rutschen. Wuuu. Oh. 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 Der kam aber früher. Ja. Oh. Was ist hier? Oh. Wow. Okay. Nix. Oder? Erde. Was ist hier passiert? Hier ist ein Pudel. Ein Pudel? Oh. 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 Das hat uns kaputt gemacht. Nein. Ah. Ja. Jetzt... Ich verstehe. Oh. Du musst immer das machen, was der sagt. Das hab ich schon verstanden, aber gerade war das ja genau in der Mitte. Hui. Hui. Was ist denn Crouch? Wie kann man den Crouch schicken? B. Auf B. Ja logisch. Der Knopf ist ja auch rot. Und wann kriegen wir unseren Preis? Oh. Oh. Mach doch einen Air Dash. Ah. Und... Bei mir ist es hier... Springen und Flitzen. Jaja. Hab ich ja gemacht. Du musst das machen, weil du den aktiviert hast. Ich hab doch gerade gemacht. Springen. Dreimal. Hä? Das ist doch auf Ground Pound gewesen. Nee. Bei mir war das bei Jump Three Times. Ich hab doch sogar zu dir rübergeguckt, da war es auch auf Ground Pound. Wie merkwürdig. Okay. Ich weiß nicht, was das war. Ich hätte schon andere. Okay. Ah. Uhuuuh. Ah Mist. Ich hab nicht gedrückt. Warum muss ich denn von hier hinten anfangen? Was kann ich denn sta... Ich mach wieder hoch und runter, du machst links und rechts. Weil wir ein schönes Bild malen. Wir können es probieren. Was malen wir? Ich möchte ein Herzchen. Woher wusste ich, dass du das sagst? Weiß ich nicht. Okay, du musst dann schräg... Ich muss ein bisschen nach oben, genau. Ja, okay, ich geh jetzt mal hoch. Okay, jetzt gehst du ein bisschen schräg. Und jetzt runter, runter, runter. Du musst doch runter. Hoch, jetzt so hoch und dann so. Oh. 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 Es ist wunderschön. Oh. Ja. Ein wunderschönes Herz. Nee, da kommen wir her, oder? Nee. Hä? Sag mal, wo kommst du denn her? Ich hab's vergessen, bitte sehr. Von da von mir. Ich glaub, wir kommen von da, ne? Ja. Okay. Wir müssen hier lang. Okay. Guck mal, da ist eine Puppi. Ja. Oh. 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 Let's play some baseball, Cody. Oh je. Ja. Oh, warte. Warte, muss sich jeder immer ein? Ging das nicht so? Ja. Ich hab's vergessen. Genau. Das ist ja cool. Oh, was ist das hier? Baseball. Das muss man ja machen. Du triffst deinen Ball, um zu punkten. Okay. Warte mal, X war diese Taste. Oh mein Gott. Oh, wow. Nein, ich war zu lahm. Nein. Sehr gut. Okay, das lassen wir dabei. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Okay, ich komme erst zu dir. Oh Gott, wie süß. Okay, da oben geht es weiter. Ich will genau nicht weiter. Was ist das hier? Wir können die Schweinchen füttern. Ja. Ja, so bin ich. Du hast es kaputt gemacht. Das arme Schwein. Das ist so pifft total leid. Ich weiß, das wirkt jetzt unglaubwürdig, aber... ...tut mir richtig leid. Das Schwein, weißt du, was es sagt? Es braucht einen. Der Hahn kräht früh am Morgen, denn es ist jetzt Zeit für das Schwein zu gehen. So. Schön. Oh, eine Schatztruhe. Wir können damit fliegen. Oh, oh. Ich kann noch nicht fliegen mit so Dingern. Okay, ich habe hier ein Rädchen. Damit kann ich schon mal was abschalten. Okay. Okay. Eine Farbe ist weg. Hallo. Oh, da hätte ich da hinten hingemusst. Warte, ich gehe da hinten. Ach, du gehst jetzt da hin. Äh, ich muss wohl mal gucken. Wir haben ja drei Farben. Guck mal, da ist nämlich auch noch eins. Ah, okay. Alter, wie gut. Das bringt Spaß. Ich will den Fidget Spinner behalten. Hui. Ah, okay. Yeah. Wuhu. Oh, bringt das Spaß. Ja. Wie wunderschön das hier ist. Oh, hey. Oh, Windströme. Was machen die? Die regnen uns wieder hoch. Okay, äh. Okay. Da geht es ja bestimmt nicht lang, ne? Oh, oh. Und da auch nicht. Trine, siehst du, was ich sehe? Ne, noch nicht. Oh, doch. Ja, wie wunderbar. Oh, bringt das Spaß. Ich will auch so eine riesen Hüpfburg. Und so eine riesen Bellabat. Ich will es jetzt. Oh, nein. Ich war zu kurz. Oh, es war zu hoch. Oh, ich bin wieder hochgebeugt. Ich bin wieder hochgebeugt. Oh, ich bin wieder hochgebeugt. Oh, es ist so knapp. Das ist verrückt. Aui aui aui. Das mag ich. Oui hallo.